Hey, moin Leute, was geht mal wieder? Hier ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3 und ich mache hier einen Live-Kommentary, wenn man das so nennen darf und ich wollte euch einfach mal sagen, dass ich heute mit Skrillex-P gezockt habe von den Efekbrothers und ich möchte, dass ihr die Efekbrothers abonniert. Warum? Weil ihr bei den Efekbrothers etwas gewinnen könnt, ein Gamer-Headset und natürlich braucht jetzt der liebe Skrillex-P, mein PSN-Freund, Abos Ihr geht einfach auf den Kanal, schaut es euch an und wenn es euch gefällt, abonniert ihr ihn und vielleicht zeigt ihr ja Abonnement 500, im Hintergrund läuft hier noch etwas hier, wer nennt man das hier, Lobbycam Ja, schaut es euch an, Efekbrothers und wenn ihr 500 Abos erreicht habt, dann nimmt er das auf und sucht ihr irgendeinen aus, der eben dieses Gamer-Headset gewinnt und das könnt ihr dann gewinnen Jo, Skrillex-P würde ich dann anschreiben und dann wird das irgendwie so gemacht Weiß nicht, ich muss mal gucken, wie Skrillex-P das macht Wie was hieß hier? Meine Ahnung, schreib im Kommentar, wie du das machen willst Ich habe auch ein Live-Kommentary mit ihm gemacht Ob er so schlecht weiß ich noch nicht, ob alles geklappt hat Am Anfang gab es Probleme mit dem Laptop und mit der HD-PVR-Buchs Aber ich denke mal, und der Facecam natürlich noch, das muss man auch noch dazu sagen Da gab es auch Probleme Und ja, ich will einfach mal sagen Skrillex-P, du bist einfach der Geizte Und ja, das widme ich eigentlich den Efekbrothers dieses Video Eine Danksagung, das ist jetzt keine HD-PVR-Box, Skrillex Aber, ja, ich wünsche dir einfach noch viel, viel Erfolg, Alter Ich werde dich weiterverfolgen Und ja, ich sag einfach noch, haut rein, Leute Bis dann, euer YouTube Gamescom Ciao